Wir sollten eine Krimi-Serie aufmachen. Schöne Mädchen hier. Hallo. Das sieht man live. What the fuck? Hey, was soll ich auf ihr Preis? Stop it! Die beiden haben gerade auch was gemacht, ja? Ja. Wer ist der nächste Tüster? Die werden zu Tumor. Das kenne ich schon hier. Thanks a lot. Achso, ich wollte dir eigentlich noch sagen, was wir machen. Ich habe keinen Punkt gesehen. Ich habe keinen Punkt gesehen. Die Europäer-Fight und die Europäer-Congratulations-Team war also killed, bevor sie zu der Schrein, wo die Wedding war. A lot of people were killed. Da ist auch ein Rumor, dass die Europäer-Unit haben nach der Schrein. Wir müssen wissen, was passiert ist. Und wir müssen unsere Hilfe zu den Schreinern geben. Wir müssen ein Merck-Checkpoint passen, wo wir bereits waren. Das bedeutet, dass wir vielleicht unseren alten Merck-Frienden treffen. Du bist der. Achso, Jason. Genau. Ich wollte sagen, der Rücken erledigt das wieder. Matthias. Matthias? Genau, Matthias. Hey, Leute. Hey. Wie geht ihr? Entschuldigung? Entschuldigung? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. We are going to the village. Mal, Mal, stop, stop. What? Last time Matthias was alright with us. Okay. Matthias, you have to film me there. Ich auch nicht. There he is. Do again? Yeah. We want to go to the village again. After yesterday? Excuse me? After what happened last time? You don't know what happened. Wir tun nichts, aber wir wissen, warum wir das nicht tun können. Oh, ich hab mich exaktiert. Das wird verlassen. Man, das ist nicht wirklich du, aber... Wir haben einen Titty-Twister für einen Titty-Twister. Okay, sie glauben uns nicht. Die Mission ist gefährlich. Der Kroner. Man, das ist gut. Die? Nein. Haben Sie Geld? Nein. Haben Sie Geld? Nein. Wie värmest du nicht mit der Titty Bar ohne Geld? Huh? Wir wollen es um, 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 um. Er ist ein Problem. Du willst es? Wieso? Mit der Tuch? In deinem Backstab. Ja, du kannst es, wenn du willst. Du kannst es um, um. Ich kann es um, 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 um. Ich habe einen Pilsen mit mir, aber ich habe ihn nicht geholfen. Hoffentlich haben sie es nicht gefunden. Mein Comrade hat ein Wachsack voll von Guts, so er ist der größte Interessante Mann. Ich habe ihn nicht geholfen, aber ich habe ihn nicht geholfen. Unfortunately, sie haben einen Pilsen mit ihm gefunden, so sie haben ihn rausgezogen. In der Ende haben sie uns verletzt. Glückwunsch. Wir müssen hier lang gehen oder müssen wir da lang gehen? Ja, natürlich. Hat uns jetzt die Capri-Sonne gerettet oder? Nee, aber ich habe einen Magazin im Rucksack. Was hast du für ein Magazin im Rucksack von meiner Brückerin? Jetzt kommen wir zur Stadt. Hey, first we want to get finally into the party. But, there is a problem. Hey, erst mal kurz in den Kneipp-Bot. Das ist für den Kneipp-Bot, oder? Komm in, komm in, komm in. Hallo, hallo. Das ist ein minor elektrisches Problem. Oh, das ist ein Yuppie-Hoo. Yuppie, ja, nicht laut. Oh, du bist? Ja, laut, okay. Komm in. Sorry. We are not welcome yet, but we get the info why. We talked to one of our platoon leaders and said, yeah, we can go. We have just to act kind. I have a backpack full of stuff to give away. Hey. 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 You're regular nuclear forces? Yes, we are. You fucked things up. You can thank your colleagues. You kidnapped some of our guys from the bar. So, it's too dangerous for the civilians. Yeah. Okay. So, I'm very sorry. I would like to pay us some boost, but we only buy our owners and if we have the civilians against us, we don't make money. And this is our point, so maybe if you have a car to drive to your base, maybe sell something. But I'm sure we can drag something out. Yeah. So, I can give you a schnappi to go. That would be fine. So, it's good to go. We had a good conversation. So, we get the name of the barkeeper and one schnapps for free. Where's the one for you? Yeah, girl. I have enough. That's the name for you. Carlo. Where's the Rovier? During the fight at the shrine, where a lot of civilians were shot, nuclear units kidnap two guys right out of the bar with the whole army for no reason. You get a double. Yeah. You can do it. Woppa. 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 We need to find out who has survived, because this person spreading the rumour about UPS attacks in marriage. The dog has survived at the shrine, so we need to find him. There was a short, spooky, cold and hot wind for one moment. Something strange. The town is under attack. We don't know who's firing, seems to be repped. What the fuck?! Hey, my students! Hey! Stop it! Hey! What the fuck?! Hey! Stop it! Hey! 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 Hey, that hurt! I'm trying to attack them all! Ok, fine, ok. What the fuck?! Kill you right here! We were shot by a wet car senعت, so we tried to talk to them. The rest of our team was shot by the other red guys, while they have tried to talk to them. They shot us all ice cold. Es scheint, dass da etwas wirklich falsch ist. Ich habe einen Bein auf ihn gesehen. Ich sehe mein Leben passen durch. Unser Gott war auf den Schlag, so der Medik war mit dem Schlag auf den Schlag. Danke. Mein Arm ist weg. Ich habe meine Arme geschlossen. Ein Freundlich-Servilien führt uns zum Hospital. Ein Servilien, wir spawnen. Das war wirklich kind. Nachdem die Situation normalisiert wurde, gehen wir durch die Stadt. Aber es ist langweilig, also die meisten der Leute sind bereits schlafen. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Dann passt das ja. Dann passt das eigentlich, wenn die Mechs... Die Mechs kennen dich nur als Zivilisten-Town, glaube ich. Ja, die können so killen. Ich bin der Meinung, wie gesagt, es muss irgendjemanden geben, der weiß, oder der dabei war, der bei der Hochzeit war. Und der diese Behauptung aufstellt. Und den müssen wir an den wunden Punkt packen. Also zumindest wenn unsere Informanten... Also wenn die uns auch wirklich die Wahrheit erzählt haben. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben auch noch mehr Menschen, einige sind neutral, einige sind nicht less. Kannst du uns entspannen? Wir haben uns entspannen. Kannst du mit dem Dänken machen? Er wird verrückt sein. Wir bekommen die Info, dass die Bride überlebt hat. Aber sie ist schlafen. Ich glaube, dass sie uns nicht mag, weil all die Zinchen Yuppia interrupted hat. Ah, der beste Freund du hast. Ja. Sehr drinkend. Well, danke. Remember sein Name? Jason Betteboy? Shame you, John. Is this Carver? Now we get our satisfaction. The Merc had some illegal explosives. So he is arrested. We make a try to ask the police about the Marriott Jets attempt. But there was something he needs to leave instantly. But we make a next try. There was also a traitor police officer, who is captured right now. The chief of the police is on his way here to talk with you. Ah cool, thank you. After the talk with the police, After the talk with the police, we get the info that the three friends of the newlyweds survive. But the police have no idea how to contact them. The next info was, that there will be a new marriage tomorrow, where the sister of the bride and brother of the groom will marry. But for security reasons, it will be in the town. So, we got a lot of information about the shrine accident. But unfortunately, we couldn't make everything clear because everyone is sleeping. We are to be and rest for the night. Let's see what we can do tomorrow. Please write in the comment below what do you think about that full coverage videos. Do you think kill streak videos are better? Or you like the full coverage videos? When you like the video, don't forget to like. And, of course, keep up!